Hallo, willkommen! Wieder was Besonderes für Sie von Willi Schillig und zwar eine Garnitur direkt von der Hausmesse. Hier ist das Original-Messebild, sehen Sie es. Und zwar das Modell Harlem 167-80. Zwei Sofas, gleich groß, eines mit Sitztiefenverstellung, eines ohne in einem Samtvelour Blö. Eine sehr schöne Garnitur, sehr leicht, basiert auf dem Modell Brooklyn, hohe Bodenfreiheit. Federkern im Sitz, recht mittelfester Sitz, aber einen Hochlenk-Komfort, der seinesgleichen sucht. Und, mal gucken, ob ich sinklich, ich kann es doch, mit Sitztiefenverstellung. Also hier, und zwar der große Beschlag mit 20 oder 25 cm Ausladung und der Rücken geht flacher nach hinten, so dass ich mich richtig reinglömmeln kann. Ja, kann jetzt auch schön so liegen, brauche ich nicht mal einen Hocker. Ich habe hier zwei gleich große Sofas in diesem tollen Bezug. Sie haben hier oben dann auch noch ein Scharnier, ja, um sich das so einrichten zu können, wie Sie wollen. Und das Ganze funktioniert hier als Hebelbeschlag, okay? Bei diesem Sofa ist das drin. Bei diesem Sofa haben Sie den Kopfteilversteller auch, ja, so ist ganz flach. So, und so kommt er dann steiler. Die Arnteile sind fixiert fest, aber ich kann natürlich hier wunderbar aufgrund der Größe auch drauf liegen. Sie haben schwarze, edle Kufen, ja, schwarz, ganz edel zu dem Flöton. Und Sie haben ein Maß von 2,8 Meter mit der Tiefe hier ungefähr 1 Meter und hier 1,20 Meter. Bitte diese Tiefe noch mit berechnen. Brauchen Sie schon ordentlich Platz für die zwei Dinger. Aber wenn Sie ein schönes, großes Wohnzimmer haben und Sie möchten zwar eine Sofagarnitur in einem modischen Stoff mit hoher Bequemlichkeit, dann, ja, dann ist Harlem Ihr Ding. Dankeschön. Schnappen Sie zu. Und tschüss.